Ich habe was Neues von Logitech für euch, die MX Keys. Für mein Mac InSpace Grey, die möchte ich euch jetzt zeigen. Es macht einfach Freude, diese Tastatur in der Hand zu halten. Ja, die ist wirklich richtig, richtig gut verarbeitet. Dann ist sie speziell für den Mac gemacht. Das heißt, ich habe meine Command Option Keys und kann meine ganzen Helligkeit von meinen Displays und so weiter so einstellen, wie es auch von einer Mac-spezifischen Tastatur gedacht ist. Wir schreiben so viel den ganzen Tag über. Wenn man dann sagt, man schreibt und es macht einfach Spaß und der Klick stimmt, das Gefühl stimmt, wie die einzelnen Tasten einrasten, dann ist das eine ganz wichtige Eigenschaft der Tastatur. Die einzelnen Tasten haben so leichte Einrundungen sozusagen, wo dann der einzelne Finger sich noch wohler fühlt. Ja, und daraus entsteht dann einfach eine wirklich hochwertige Tastatur. Die sehr gut mit meinem Mac zusammenarbeitet und die einfach Freude macht, wenn ich nachts mal wieder länger Angebote oder andere Dinge schreiben muss. Also wirklich, das macht Spaß.